Wer der Feuerwehr-Willi ist, willst du wissen? Jetzt mal im Ernst, das bin ich. Du als Gruppenführer vor der Gruppe? Alter, haben wir ein Glück. Du bist richtig geiler Gruppenführer. Denn du hast es nicht nur auf dem Lehrgang begriffen, sondern du hast es auch verstanden, was in den Feuerwehrdienstvorschriften steht. Und warum? Und deshalb bist du einen Schritt weiter als die anderen. Und das finde ich richtig geil. Du als Gruppenführer, ich war noch nie so glücklich als Einsatzhalter, dich unter mir als Gruppenführer zu haben. Das ist Zucker, Junge. Echt Zucker. Weiter so. Richtig geil. Du kommst zum Einsatz und bist auch noch Einsatzleiter. Alter, wird das ein Fest. Sehr gut. Du als Einsatzleiter und ich muss sagen, es stellt sich ein Lächeln ein. Zwar kein großes, aber wenigstens ein bisschen. Weil du bist der Einsatzleiter, der es richtig drauf hat. Du weißt ganz genau nach Feuerwehrdienstvorschrift, du weißt, welches die FWD V100 ist. Du bist für mich König. Weil du hast es wirklich begriffen. Du hältst was von Strukturen. Du hast unter dir die Gruppenführer oder Abschnittsleiter. Das wirst du schon wissen. Du machst das richtig geil. Und deshalb guck ab und zu meine Feuerwehrdienstvorschrift und halte dich auf den Laufenden. Das weiß ich, dass du es machst. Weil du bist wirklich der Einsatzleiter, auf den alle gewartet haben. Du bist mein Joker. Sehr geil. Du bist mein Joker. Ich versiel es etwas, cortisol und gefühl. Ich versiel es um jetzt Joke. Eure Cher物ung. Ich versie es für uns, Und zurück palette into es sie. Träumest du. Wenn du einfach rausgesst bist.